Musik Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Weekend Game. Wir spielen Whispering Willows, ein Spiel von Nightlight Interactive. Es ist ein Adventure-Horror-Spiel und kommt aus dem Jahr 2014. Ist also knapp ein Jahr alt, weil es im Mai erschien damals. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Aber es wird vielleicht ein bisschen düsterer werden. Und deswegen lade ich dann die Teile wohl abends auch erstmal immer hoch. Und ja, ich weiß nur, es geht um ein Mädchen, das auf der Suche ihres Vaters irgendwie ist. Und es ist so ein bisschen geisterhaft und spielt in diesem Haus, was man da auch gerade im Hintergrund sieht. Ich habe es nur mal ein bisschen angetestet, aber es sieht schon sehr verlockend aus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so ein Sidescroller-Ding ist oder so. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß und wir beginnen ein neues Spiel. Wir spielen das Ganze auf Deutsch natürlich. Und ich nenne mich mal nicht Lena Gilbert, sondern ich sage mal hier Alexis als Profilname. Ja, und dann starten wir das Ganze. Ja, und dann starten wir das Ganze. Ja, und dann starten wir das Ganze. Kapitel 1 Wortham's War So, da sind wir auch schon mit diesem Mädchen. Drücke Space, um den Anhänger aufzuheben. Ich spiele übrigens gerade mit Gamepad, also wird... Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Ich werde mich also so durch die Steuerung durchwurschteln müssen, wie im Moment bei Tomb Raider. Aber das macht ja nichts. Das Inventar öffnen. Anhänger. Mein Familie in Erbstück. Es wurde über zahllose Generationen weitergegeben. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Ich bin ja echt gespannt, was uns hier erwartet. Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Ähm, wo war das jetzt? Hier. Willows Familienkatakomben. Was ist das für ein Ort? Ich habe mich so verlaufen und Mom weiß nicht, wo ich bin und ich sollte nach Dad suchen. Ich muss einen Weg hier herausfinden und weiter nach ihm suchen. Ich weiß, dass wenn ich nur hier herauskomme, werde ich irgendein Zeichen von Dad finden. Ich werde nicht aufgeben. Ja, okay. Dann suchen wir mal deinen Dad. Bisher, also so vom Gameplay gefällt mir die Art, die Zeichenart hier echt gut. Bei den Sequenzen werde ich mich noch dran gewöhnen, aber einfach mal was anderes. Finde ich echt cool. Menschenknochen. Menschenknochen. Aber warum? Okay, ihr Anhänger leuchtet. Mädchen, höre mich an. Mädchen, deine Energie ruft nach mir. Elena, der Anhänger um dein Hals wurde von dem ersten Hochschamanen des Quantaku-Stammes angefertigt, meinem Großvater. Er leuchtet in der Anwesenheit von Geistern und verstärkt deine schamanischen Kräfte. Lass dich von ihm leiden. Drücke Kuh, um die Form zu wechseln. Da ich das jetzt schon angetestet hatte, weiß ich jetzt, welche Tasten. Flying Hawk. Der Geist und der Körper können voneinander getrennt werden, aber letzten Endes müssen sie wieder vereinigt werden. Ein bruchstückhaftes Leben kann nicht gelebt werden. Ich habe meinen Körper verloren und nun sie mich an, aber vielleicht kannst du mir helfen, ihn zu finden. Ich werde in deinem Anhänger verweilen und dir beibringen, die Dunkelheit abzuwehren. Uh, okay, wir haben jetzt den Flying Hawk, den Geist von Flying Hawk in unserem Anhänger. Elena, bleib zurück. Dort ist ein Riss über der Tür. Verwende ihn, um in den anderen Raum zu gelangen. Okay. So, jetzt können wir hier so durchhuschen, mit dieser kleinen Flamme. Von leuchtenden Gegenständen kann Besitz ergriffen werden. Gehe näher heran und ergreife Besitz von dem Hebel. Ich ergreife Besitz von dem Hebel. Drücke hoch und runter, um den Hebel zu bewegen. Gut gemacht, Elena. Nun führe deinen Körper und deinen Geist wieder zusammen. Okay, also wieder zurück. Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Nein, ich wollte gar nicht wieder raus aus meinem Körper. Ich wollte hier. Auftritt Flying Hawk. Ich kann es kaum glauben. Ich habe gerade einen Geist kennengelernt. Sein Name ist Flying Hawk und er ist einer meiner Vorfahren. Er hat mir gesagt, dass mein Anhänger Kräfte hat und er hat mir beigebracht, wie ich ihn verwende. Nun kann ich die Kontrolle über meinen Geist übernehmen. Das ist genau das, was ich brauche, um der zu finden. Ich war für eine kurze Weile ziemlich besorgt, aber ich glaube, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Okay. Los geht's. Sieht auf jeden Fall echt cool aus, finde ich. Deswegen wollte ich das halt auch spielen. Jetzt kann ich hier durch die Öffnung gehen. Will ich das denn? Ich kann auch die Leiter hochgehen. Was haben wir hier? Eine neue Notiz hinzugefügt. Oh Mann, nur, ich drücke mal die falsche Taste hier. Ich will ja gar nicht raus aus meinem. Notizen. Flying Hawk. Ich flog durch den Himmel, ehe ich mich auf den weißen Kopf eines großen Adlers niederließ. Ich wurde weiter nach oben getragen, über die Wolken, bis ich bei den Sternen war. Ich beobachtete, wie die Götter die Welt formten und ihren eigenen Körper als Ton verwendeten. Sie rissen ihre Herzen für den Erdkern heraus und ihr Blut ist das Wasser, das wir trinken. Wir gehen über ihr Erdfleisch und ihre Steinknochen. Als alles, was übrig blieb, nur noch ihre Hände waren, die sie zur Gestaltung der Welt verwendet hatten, wurden ihre Finger zu den Bäumen, die unser Leben bedeckten. Ihnen verdanken wir alles und wir müssen unsere ewige Bindung ehren und in Harmonie mit dem großen Geist leben. Das Geistreich ruft mich öfter als früher. Als Hochscharmane der Quantaco muss ich die Aufforderung beherzigen und meinem Volk berichten, was der große Geist mir gezeigt hat. Irgendwie aber voll spannend. Bin echt gespannt, was hier noch kommt. Ich geh mal durch die Öffnung. So, ich kann hier auch wieder zurück. Hier kann ich runter. Und hier kann ich nicht weiter. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Uh, ich bin ja echt gespannt, was hier noch kommt. Ich frage mich, was in all diesen Kisten ist. Mhm. Äh, hier ist ein Flaschenzug. Äh, Flaschenzug. Sie sagt, es würde etwas unter mir bewegen. Vielleicht die Tür zur Gruft, ein Stockwerk tiefer. Ich kann das leider nicht sehen, weil die Schrift ist so breit, dass es hier nicht, äh, ja. Vielleicht durch die Öffnung einfach mal wieder hier, äh, genau. Fliegen. Kannst du denn jetzt hier irgendwas machen? Hm. Hm. Kann der Geist hier nicht... Konnte doch davor auch was tun. Vielleicht kann ich das jetzt noch nicht machen. Also, ich dachte, ich kann jetzt hier runter oder hier irgendwas machen, aber anscheinend nicht. Gut. Ja, weiß auch nicht. Dann gehe ich mal hier durch. Alles sehr verwirrend gerade noch. Da ist irgendwie Blut. Da kann ich eine Tür öffnen. Hier kann ich runter. Oh Gott, ich verirr mich ja jetzt schon. Sie ist verschlossen. Die Tür ist mit Blut beschmiert. Ja, das wird bestimmt noch voll übel hier. Es scheint, als wären hier wirklich eine Menge Leute gestorben. Oh Gott. Sie ist verschlossen. Lager steht auf der Tür. Wir bekommen noch bestimmt irgendwelche Schlüssel oder so. Und dann müssen wir all diese Türen hier noch öffnen. Tja, komme ich hier ja gerade nicht weiter. Mein Schiedschen zugefügt. Ja, ich möchte das lesen. Ähm. Das hatten wir jetzt noch nicht, ne? Meine liebste Martha ist furchtbar krank geworden. Sie hat sich eine Dysenterie zugezogen. Oder Dysenterie. Der Arzt, den wir mitgebracht haben, glaubt, dass sie überleben wird. Aber ich bin in einem ständigen Zustand der Angst. Ich kümmere mich Tag und Nacht um sie. Sie kann schließlich nicht für sich selbst sorgen. Es schmerzt mich, dass sie das schöne Land nicht sehen kann, das wir durchqueren. Es kommt mir vor, als würde der Anblick ihr guttun. Aber der Arzt hat gesagt, sie dürfte sich weder bewegen noch von jemandem bewegt werden. Sonst könnte ihr gebrechliche Verfassung ihr zum Verhängnis werden. Ich bete zu Gott, dass er sie rettet. Ich kann nichts tun, außer zu warten und zu beten. Hm. Das ist ja traurig. Ah, ein Schalter. Na, dann ist die Tür ja zu. Was ist hier? Sarg von Jeremia Mord. Dieser Sarg sieht aus, als wäre er eilig angefertigt worden. Oh oh. Nun, hu, kein Schlüsselloch. Ich frage mich, wie sie geöffnet wird. Das Ding leuchtet halt auch wieder. Vielleicht soll ich hier wieder irgendwie meinen Körper verlassen? Da oben ist halt der Flaschenzug, aber... Drücke Space, um zu reden. Oh. Mings Young. Wartham hat diese Tür ohne ein Schlüsselloch angefertigt, um jeden außer ihm den Zutritt zu verwehren. Aber niemand weiß, was dort drin ist. Ich habe nur Gerüchte gehört. Ähm. Ja, und was hilft mir das jetzt? Hm. Hm. Wenn ich jetzt hier durchgehe, ist das dann irgendwie anders oder so? Wenn ich nochmal... Also dann wird der Geist wahrscheinlich nochmal hier sein, aber... Hm. Also schon echt cool, dass hier auf einmal Geister auftauchen, die vorher nicht da waren. Finde ich irre cool. Die Idee. Also mir gefällt das Spiel bisher ziemlich gut. Ich hoffe euch auch. Hm. Na gut, dann machen wir mal die Tür auf und gehen wieder nach oben. Tja. Was ist denn hier? Loch in der Wand. Was könnte das verursacht haben? Hm. Hier ist zu, aber die andere Seite vielleicht. Wir haben ja noch nicht alles angeguckt gehabt, aber ich glaube, es muss irgendwas mit dem Flaschenzug auch auf sich haben. Das wäre sonst ein bisschen komisch. Geh mal hier hoch. Ah. Jemand muss diese Person wirklich geliebt haben. Hm. Sie ist verschlossen. Das ist ein Halb... Da ist mal ein Halbmond auf der Tür abgebildet. Ähm. Finden wir auch vielleicht mal was, womit wir irgendeine Tür öffnen können? Bis jetzt haben wir nicht so wirklich was gefunden. Da unten ist diese blutverschmierte Tür. Und hier komme ich doch her, oder nicht? Hier habe ich angefangen. Vielleicht muss man auch... Genau, ähm... Zwischendurch einfach mal den Körper verlassen, damit wir andere Geister kennenlernen. Und die uns dann hier helfen können, oder so. Einfach mal woanders auch, ähm, hingehen und gucken, ob da jemand ist. Mal zwischendurch immer... Hm. Aber das, ähm, mit Medaillon, ähm, dieser Anhänger hat dann auch immer geleuchtet. Ich glaube, der sagt mir dann eigentlich schon an, wann, wann da einer ist und wann nicht. Und bis jetzt war da eigentlich keiner. Ja, und hier sind wir wieder bei dem anderen Geist, oder? Bin ich wieder an der Stelle. Was hat es bloß mit diesem Flaschenzug auf sich? Wie kann mir das hier helfen? Oh, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht. Und wenn ich einfach mal hier wegfliege, kann man eigentlich als Geist hier nach oben? Ah, ich kann also auch ziemlich lange da stehen bleiben und durch die Stockwerke gehen. Wenn ich will. Jetzt ist ihr Körper unten und ich bin hier. Bringt mir das irgendwas? Nee. Hm. Tja, ich kann leider nichts machen. Aber die Notizen helfen mir jetzt auch nicht gerade. Nee, ich werde mal weiter noch rumlaufen. Wir haben ja gerade erst angefangen quasi mit dem Spiel. Ich muss mich wohl erst mal einwuseln. Ich finde es halt komisch, dass man auch, ja, da unten jetzt durch kann, als Geist, durch diese Ritze, wo ich nicht weiß, was mir das bringen soll. Vielleicht ist ja noch irgendwo ein Geist. Ich habe keine Ahnung. Hm. Noch leuchtet ihr Anhänger aber nicht. Also wird hier wohl keiner sein. Hier komme ich wieder her. Oh Mann, oh. Oh. Ich weiß auch gar nicht, was das hier für ein komischer Ort ist. So überall diese Särge und Kruften. Aber macht das Ganze natürlich von der Atmosphäre her ziemlich cool eigentlich. Wenn ich durch das Loch gehe, bin ich ja wieder da, oder? Puh. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mal ein bisschen weiter nach rechts wieder. Vielleicht, ja, aber dann wäre mir das doch aufgefallen, wenn der geleuchtet hätte, oder? Der Anhänger. Hm. Wenn jetzt hier irgendwo eine Ritze wäre, wo eine Tür auch mal verschlossen wäre, das wäre natürlich cool. Hm. Aber ist nicht. Was ist mit der Kiste? Ich bin nicht neugierig genug, um hineinzuschauen. Was machst du denn da mit der Kiste? Aber anscheinend ist die ja für irgendwas gut. Oh, ich drücke hier immer diese Taste. Okay, ich bin ein bisschen planlos. Hm. Muss ich ja hier zurück. Anders geht das ja gar nicht. Okay. So, bin ich hier schon wieder? Hey. Doof. Ja, was bringt mir das, wenn ich den hier betätige? Hat sich dann vielleicht was verändert, wenn ich von hier die Tür wieder zumache? Könnte ja sein. Was ist mit der Kiste? Ich frage mich, was in all diesen Kisten ist. Ja, dann guck doch endlich mal in eine rein. Oh. Als würde sich was? Oh. Etwas unter mir bewegen. Ja, weil da der Geist ist. Du. Äh, ich hab grad keine Ahnung, was ich hier mache. Hier ist ja noch eine Notiz. Die hab ich gar nicht gesehen. Oh. Na dann. Notizen. Der große Adler ist zurückgekehrt und hat mich wieder ver... Aber das hatten wir doch schon, oder? Äh. Nee. Nee. Keine Pflanzen wuchs mehr und riesige schwarze Flüsse zogen sich durch das Land wie infizierte Adern. Monströs aussehende Tiere aus Metall und Industrie werden unser Land überfluten und die Bande, die wir so sehr gepflegt haben, werden zerstört. Hm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Urne. Mein Großvater ist in einer von diesen... Aha. Willard Hager. Er up here Hausmeister des Willow-Anwesens. Ach, endlich bin ich mal hier an der Stelle, wo ich noch nicht war. Riss in der Decke. Ich glaube nicht, dass mein Körper da durchpassen würde. Tür ist verschlossen. Aber wir können es ja mal versuchen. Als Geist geht das ja anscheinend schon. Ah, endlich. Und da ist auch ein Schlüssel. Den kann sie aber als Geist nicht nehmen, aber sie kann den Hebel hochmachen. Cool. Yeah. Okay. Ich war nur einfach an dieser Stelle noch nicht. Huh, ein Schlüssel für eine Art Lager. Ach, der Lagerschlüssel. Ja. Gut. Wo war jetzt nochmal das Lager? Hm. Mhm, mhm, mhm. Dann muss ich ja nochmal wieder zurück, nehme ich mal an. Nur, dass ich gerade nicht mehr weiß, wo das Lager war. Hm. Komme ich jetzt nach unten hier, oder komme ich nach oben? Was war das hier? Die weiß man nicht. Okay. War hier das Lager? Ja. Ja. Es scheint, als wären hier wirklich eine Menge Leute gestorben. Ja, genau. Okay. Dann haben wir die Tür geöffnet. Oh. Oh. Käfig. Warum bewegt sich dieser Käfig von ganz allein? Ich glaube nicht von allein. Und das Amulett leuchtet jetzt irgendwie rot. Äh, was ist jetzt hier? Oh. Was zum Kuckuck? Er ist nicht leer. Nee, aber man hat das vorher gar nicht gesehen. Eine Notiz. Okay, dann lesen wir die Notiz. Dieser Tag läutet das Kommen eines Neunzeitalters für mich ein. Die Geschichtsbücher werden mich preisen und die ganze Welt wird von meinen Taten erfahren. Ich mache mich auf den Weg, um den Wilden Westen zu besiedeln. Wie immer folgt mir mein treuer Begleiter W.O. Es war eine große Erleichterung zu wissen, dass er mich begleiten würde. Es ist mit Abstand mein vertrautester Freund und ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Mit uns kommen 24 Männer, die für meinen Vater gearbeitet haben, aber jetzt unter meinen Diensten stehen. Sie werden wichtig für die Routinearbeit sein. Natürlich folgt mir auch meine schöne Braut Martha, die darauf bestanden hat, mit mir zu kommen. Der junge Marcus bleibt allerdings in Neuengland. Er ist 16 Jahre alt, schon fast wie ein Mann. Er wird seine Ausbildung und seine Lehre unter meinen Vater fortsetzen. Er könnte keinen besseren Lehrer haben. Der Junge hat mich gebeten, ihn mitzunehmen, aber ich habe ihm gesagt, dass er das Richtige für das Familienunternehmen tun muss, dass jemand es betreuen muss, während ich mich im Westen etabliere. Er ist ein starker Junge und hat die Notwendigkeit seines Opfers verstanden. Ich habe ihn noch einmal fester umarmt, als ich es je zuvor gewagt hatte, aber er würde bald ein Mann sein und ich wusste, dass er damit klarkommen würde. Hm? Ja, mit 16. Fast ein Mann. Er greife Besitz von dem Hebel mit... Oh, wen haben wir denn hier? Anastasit Arbor. Dieser Hebel öffnet die Tür zur... Also dieser Hebel öffnet die Tür zur Gruft. Wartham hat den Hebel hier versteckt, um seine Geheimnisse zu bewahren. Es fühlt sich an, als hätte sich etwas Schweres bewegt. Ja, das ist gut. Wir wollen alles öffnen. Wir wollen alles erfahren an dunklen Geheimnissen. Dieses eklige Krabbevieh. So, hier geht es jetzt aber auch nicht hoch irgendwie. Kratzer an der Wand. Was auch immer das verursacht hat, hat versucht, durch die Decke zu kommen. Äh. Gehen wir mal weg von dem gruseligen Käfig. Und gehen wir mal nach oben. Ist denn die Tür jetzt auf? Oder hat sich diese... diese geheimnisvolle Tür vielleicht jetzt, ähm... geöffnet, die vorher nicht aufging? Das wäre dann die da unten. Einfach mal ausprobieren. Und entweder es klappt, oder es klappt halt nicht. Oder es hat sich dann was anderes geöffnet. Da muss ich aber erstmal nach der Tür suchen. Ich mag die Atmosphäre in diesem Spiel. Und ich gewöhne mich auch an den Stil... Oh, Halbmond-Schlüssel. Schön, es ist ein Schlüssel mit einem Halbmond am Ende. Ja. Cool. Dann haben wir ja, was wir hier wollten. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Okay, ich laufe weg. Nein. Schnell beeil dich. Schnell. Schnell, 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 schnell. Aber ich weiß gar nicht, wohin. Klein Hork, meine wachsende Finsternis plagt diesen Ort seit meinem Tod. Sie fault unter der Oberfläche wie ein infiziertes Geschwür. Im Austausch für meine Lehren musst du mir helfen, Elena. Ich muss meinen Körper finden und du bist die Einzige, die helfen kann. Ja, ja, wir helfen dir ja. Wie gruselig. Verfolgt uns da einfach so ein Ding. Auf einmal. Okay, irgendwo war aber diese Halbmond-Tür. Wo war die denn nochmal? Äh, irgendwo oben rechts, Mitte rechts, keine Ahnung. Gehen wir mal hier durch. Da nicht. War das die Blutstür? Nee, ne? War hier noch eine Tür? Ja. War das die Halbmond-Tür? Ja. Okay. Und wir können die Treppe hochgehen. Okay, jetzt sind wir draußen. Ihr Tagebucheintrag... Äh, ba-ba-ba. Tagebuch. Was? Was um Himmels Willen war das für ein Ding? Es kam mir vor, als würde einer meiner Albträume wahr werden. Ich konnte spüren, wie es sich an mir weidet, an meinem Geist. Oh, ich bin so müde. Aber ich muss weitermachen. Ich bin die Einzige, die meinen Dad finden kann. Der Dämon ist jetzt fort und ich bin fast draußen. Ich habe Flying Hawk versprochen, dass ich ihm helfen... Äh, dabei helfe, seinen Körper zu finden. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das Gästehaus ist der Ort, an dem ich zuerst suchen sollte. Okay. Okay, wir müssen also zum Gästehaus. Sie können im Freien durch Schiff laufen. Nee, das ist körperverlassen. Lass das mal. Was ist denn... Ah, das ist laufen. Okay. Was für ein schöner alter Springbrunn. Ich bin überrascht, dass er noch funktioniert. Nee, dann will ich hier noch nicht durch. Ich will erst mal bis zum Ende gehen, sonst komme ich noch durcheinander. Hier ist ein großes Tor. Ich kann es nicht öffnen. Natürlich nicht. Das Holz ist so abgenutzt. Ich habe einen Eimer bekommen. Eine Bank. Eine Notiz. Ich wurde als Hausmeister in der Willows Villa hier in der Stadt angestellt. Es ist keine ideale Arbeitssituation, aber zumindest ist es fürs Erste ein Einkommen. Es sollte für mich sowieso nur vorübergehend sein, aber ich kann nicht arbeitslos bleiben, wenn ich eine Familie zu versorgen habe. Oh, es wird wohl dann eine Notiz von ihrem Vater sein. Und das Amulett hat geleuchtet. Ich habe noch keine Zeit, mich auszuruhen. Ist denn hier ein Geist? Ja. Sky Flower. Hast du die weißen Männer gesehen? Ich sammle Blumen für sie. Flying Hawk sagt, wir sollten friedlich sein. Ja, dann... Dann bleibt mal friedlich. Und dann gehen wir hier durch. Ja, und was auf dieser Seite des Parkes oder wo wir gerade sind im Außengelände ist, das sehen wir im nächsten Part von Whispering Willows. Ich bin ziemlich positiv gestimmt über das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Mir gefällt es gerade total. Ich finde es spannend. Ich finde es schön gemacht. Und ja, finde ich super. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder so hinterlasst, falls es euch auch gefallen hat. Und sonst und überhaupt sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ich bin mir kotben. Bis dann. Statistics. Bis dann. Vielen Dank.